Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayra qalqa Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Sob gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die besten aller Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah führt zur Hölle. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir alhamdulillah über das Kapitel gesprochen, was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern von Tieren für jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ausführlich dargelegt, was für Arten von Opferungen es gibt. Und jetzt möchten wir den Nutzen ziehen, den wir aus diesem Kapitel, inshallah, profitiert haben. Als erstes haben wir kennengelernt die Auslegung der Worte Allahs. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَوَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Den Vers aus Surat al-An'am haben wir kennengelernt. Sprich, mein Gebet, meine Opferungen und so weiter und so fort. Das ist alles für Allah, den Herrn der Welten. Dann haben wir als zweiten Nutzen folgendes profitiert. Wir haben den Vers, den wir alle, alhamdulillah, ausfindig können, jetzt inshallah verstanden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ So bete für deinen Herrn oder zu deinem Herrn und opfere. Wir haben gesprochen darüber, dass es zwei Arten von Opferungen gibt, wie man ein Tier schlachten kann. Also haben wir gesagt, es gibt al-Zabh und es gibt al-Nahr. Dann haben wir kennengelernt, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam einige Leute verflucht hat. Und als erstes hat er denjenigen verflucht, der für jemand anderes ein Tier opfert, als für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum hat er mit diesem Fluch angefangen, mit dieser La'na? Weil das Opfern für jemand anderes, also Allah subhanahu wa ta'ala, ist der große Schirk schlechthin. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das Recht Allah, und zwar der Tauhid, ist das gewaltigste Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und seid gütig gegenüber euren Eltern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte das gleiche nochmal in Surah Al-Isra. Der erste Vers Surah Al-Nisa, Surah 4, Vers 36. Und das gleiche sagte Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal in Surah Al-Isra, Surah 17, Vers 23. Und deswegen sollte man, oder dieser Hadith weist darauf hin, dass die schlimmste aller Sünden der Schirk ist. Dann haben wir kennengelernt, dass es zwei Formen von Verfluchen der eigenen Eltern gibt. Der eine Form ist, dass man tatsächlich seine Eltern direkt verflucht. Weil möge Allah uns davor bewahren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man den Vater oder die Mutter eines anderen Menschen verflucht oder beleidigt. Und dadurch beleidigt er wiederum oder verflucht deine eigenen Eltern. Und dann ist es so, als hättest du deine eigenen Eltern verflucht. Und dann haben wir kennengelernt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam jemanden verflucht hat, der in der Religion eine Neuerung macht, eine Bid'a macht in der Religion. Er hat ihn verflucht. Und eine Person heißt Muhdith. Und Muhdith bedeutet nicht nur eine Neuerung in die Religion hineinzubringen, sondern auch irgendwelche Verbrechen unter den Muslimen zu verbreiten. Solche eine Person hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam verflucht, dass man ihm, natürlich die Person selbst verflucht und diejenige, darum geht es im Hadith jetzt, und diejenige Person, die ihm Unterschlupf gewährt. Dann haben wir kennengelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem allgemeinen Verfluchen von bestimmten Gruppen und dem Verfluchen von bestimmten Personen. Die erste Form, oder die eine der beiden Formen, dass man eine bestimmte Person verflucht und sagt, möge Allah dich verfluchen oder die Person so und so verfluchen, diese Sache ist verboten. Was erlaubt ist, ist, dass man allgemein verflucht. Also, wenn du jemanden siehst, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt, dann sagst du zu ihm nicht, möge Allah dich verfluchen, sondern sagst du, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, möge Allah denjenigen verfluchen, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt. Und du hast allgemein solch eine Person verflucht. Und der Beweis, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam einige Mushrikin aus der Jahiliyyah verflucht hat und gesagt hat, Und zwar hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, Oh Allah verfluche die Person so und so und die Person so und so und die Person so und so. Daraufhin hat Allah ihm das verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte Es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sich straft, denn sie sind ja Ungerechte. Das sagt Allah in Surat Al-Imran, Surat 3, Vers 128 auf der 66. Seite. Also es ist dir nicht gestattet, eine bestimmte Person, ein bestimmtes Individuum mit dem Namen so und so zu verfluchen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat den Muslim beschrieben als jemanden, der nicht flucht. Dann haben wir kennengelernt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam jemanden verflucht hat, der die Grenzen verändert. Der die Grenzen verändert, also Grenzen eines Hauses verändert, Grenzen eines Grundstückes, Grenzen deines Arbeitses. Egal wo du auf dem Marktplatz bist und du die Grenzen einfach veränderst, als würde dir dann mehr gehören. Solche eine Person hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verflucht. Dann haben wir als Achtes kennengelernt, die gewaltige Geschichte in Bezug auf die Pflege. Und der Autor, es sieht so aus, als würde der Autor des Buches davon ausgehen, dass der Hadith sallallahu alaihi wa sallam ist. Und wir haben aber natürlich gesagt, dass dieser Hadith eine Schwachstelle hat. Und zwar der Hadith, wo der eine in die Hölle gegangen ist, weil er für jemanden anderes außer Allah, für einen Götzen, eine Fliege geopfert hat. Und der andere hat sich deswegen in die Hölle gegangen. Und der andere ist ins Paradies gegangen, weil er sich sogar geweigert hat, eine einzige Fliege für jemanden anderes zu opfern, als Allah sallallahu alai wa sallam. Neuntens. Wir haben kennengelernt, dass diese Person in die Hölle gegangen ist, obwohl er diese Fliege nur geopfert hat, damit er nicht umgebracht wird von den Leuten. Also die Leute haben ja zu den beiden Männern gesagt, ihr müsst beide irgendetwas opfern für diesen Götzen, bevor ihr hier weiter gehen dürft. Und der Autor sagt, der eine von den beiden, obwohl er es nicht wollte, hat er gegen den Willen, gegen seinen eigenen Willen, ein Tier geopfert. Und zwar jetzt hier in dem Fall ein Insekt geopfert, eine Fliege geopfert und es in die Hölle gegangen ist. Der Autor will sagen, obwohl er das nicht wollte, hat Allah sallallahu alai wa sallam ihn mit der Hölle bestraft. Also er hat keine Ausrede darin, zu sagen, sie hätten mich umgebracht, wenn ich das nicht getan hätte. Aber der Gelehrte, der diesen Text auslegt, sagte, rahimahullahu alai wa sallam, diese Aussage können wir nicht einfach so hinnehmen. Denn im Hadith heißt es, dass er ein Tier geopfert hat für diesen Götzen. Und die offensichtliche Bedeutung dieser Aussage ist, dass er es mit der Niyah gemacht hat, um diesem Götzen näher zu kommen. Und zu sagen, er hat es gemacht, nicht mit dieser Absicht, das können wir nicht aus diesem Hadith so einfach entnehmen. Und wir wissen, dass wenn jemand zum Schirk gezwungen wird, eine Tat des Schirkes zu begehen, wie Sujud zu machen für einen Götzen, dass er dadurch nicht aus dem Islam austritt, weil er dadurch gezwungen worden ist. Genauso eine Person, die gezwungen wird, den Taraqa, die Scheidung auszusprechen, in Bezug auf seine Frau, diese Scheidung ist ungültig und sie gilt nicht und die Frau bleibt seine Frau. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Innamal A'malu bin Niyat, die Taten sind gemäß den Absichten. Und deswegen sagen wir, eine Person, die gezwungen wird, solch einen Schirk zu begehen, etwas zu opfern für jemand anderes außer Allah und er ist dagegen und er würde nicht umgebracht werden, wenn er es trotzdem macht, damit er nicht umgebracht wird, dann ist das eine Notwendigkeit. Und der Schirk ist nicht in sein Herz eingedrungen, dann ist er auch nicht aus dem Islam ausgetreten. Und Allah s.w.t. sagte das auch ganz klar und deutlich in Surat Al-Nahl, in Vers 106, Wer Allah leugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust im Unglauben öffnet, hier der Iman, wenn also der Kopf in den Herzen eingedrungen ist, über denjenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. So, da der Vers glasklar ist und eindeutig ist und der Hadith nicht klar hervorgibt, nicht klar hervorgibt, ob diese Person die Absicht hatte, tatsächlich diesem Götzen näher zu kommen, durch diese Opferung, sagen wir, der Hadith ist zweideutig, der Vers ist eindeutig, deswegen verstehen wir den Hadith im Lichte des eindeutigen Verses. Also muss in diesem Hadith gemeint sein, dass die Person es getan hat, für diesen Götzen, um ihm näher zu kommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, da der Hadith, wie wir gesagt haben, nicht sahih ist, sondern eher in die Kategorie von daif fällt, sogar nicht einmal hassan, er haben wir sowieso überhaupt kein Problem. Das heißt, der Hadith steht diesem Vers überhaupt nicht im Weg. Und dann haben wir zehntens kennengelernt, was für einen Wert der Schirk, den wirklich in den Herzen der Gläubigen hat. Jetzt gibt es eine folgende Frage, die sich hier von selbst stellt. Wenn jemand gezwungen wird, eine Tat des Kuffer zu begehen, ist es dann besser für ihn, wenn er geduldig ausharrt, selbst wenn er ermordet werden würde? Oder soll er einfach das tun, was von ihnen verlangt wird, von dem Kuffar verlangt wird? Und dabei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, weil Allah subhanahu wa ta'ala offensichtlich im Koran gesagt hat, dass solch eine Person nicht aus dem Islam austritt. Um diese Frage zu beantworten, machen wir natürlich eine Unterscheidung. Erster Fall, solch eine Person stimmt überein mit der Handlung, also begeht das, was von ihm verlangt worden ist und trägt auch das im Herzen, was von ihm verlangt worden ist. Solch eine Person natürlich, das ist Haram und diese Person ist von dem Islam somit ausgetreten. Zweitens, zweiter Fall. Die Person macht das, was von ihr verlangt worden ist, aber im Herzen natürlich verabscheut sie das. Und sie hat eigentlich nur beabsichtigt, diesem Zwang und dieser Qual aus dem Weg zu kommen, dass er ermordet würde. Diese Sache ist erlaubt. Halal. Ja, ist. Der dritte Fall ist der folgende. Dass man nicht das tut, was verlangt worden ist und auch nicht das im Herzen trägt, was sie von einem verlangen. Also nicht daran, nicht beabsichtigt, diesem Götzen in dem Fall näher zu kommen. Diese Sache ist ebenfalls Jaiz und sie gehört zur Geduld und ist eine Form der Geduld. Doch die Frage ist, was ist besser? Was ist besser? Soll er geduldig aushören oder nicht? Die Antwort ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Wenn er das tut, was von ihnen verlangt worden ist und dies nicht dazu führt, dass irgendwie die Muslime dadurch in Zweifel gebracht werden oder in irgendeiner Weise in ihrem Glauben geschädigt werden, dann ist es besser, dass er das tut, was von ihnen verlangt worden ist. Auch wenn es so aussieht, als würde er Schirk begehen. Warum? Oder besonders in dem Fall, wenn sein Leben nützlich ist für die Muslime. Wie zum Beispiel jemand, der sehr viel für Allah spendet und in Sachen investiert, die für Allah gemacht werden. Moscheen baut oder ähnliches. Und selbst, wenn er oder wenn er ein Gelehrter ist und den Leuten, also wie gesagt, wenn das nicht zu Fitna führt für die Menschen, es kann sein, dass die Leute, wenn sie sehen, jemand der gelehrt ist, dass er dann Schirk begeht, dass die Leute dann auch Schirk begehen oder glauben, dass so etwas erlaubt ist zu tun. Denn viele Leute wissen nicht, was die anderen, oder man weiß ja nicht, was die Person im Herzen trägt. Gut. Also wenn solch eine Person zum Beispiel Wissen weitergeben muss noch oder weitergeben will noch und sieht, dass sie viel Nutzen verbreitet, dann ist es besser, dass die Person einfach das tut, was von ihr verlangt worden ist und im Herzen natürlich das verabscheut und dann ist es besser für die Muslime insgesamt. Oder auch wenn wenn er keinen großen Nutzen verbreitet, ja, natürlich auch kein Schaden, Inshallah, aber wenn er keinen großen Nutzen jetzt in dem Sinne verbreitet, wie gerade erwähnt, dann ist auch die Tatsache, dass er als Muslim auf dieser Erde weiterlebt und die Möglichkeit hat, gute Taten zu begehen, ist besser, Inshallah. Ist besser, Inshallah. Und gerade, weil Allah Subhanahu Wa Ta'ala auch ihm erlaubt hat, diese äußerliche Kofferhandlung in diesem Fall zu begehen. Wenn allerdings er durch diese Tat, dass er eben das tut, was von ihm verlangt wird, wenn er das tun würde und es gäbe dadurch einen Schaden für die Muslime, einen deutlichen Schaden für die Muslime, dann ist es besser, dass er geduldig verharrt und das ist eine Form des Jihad, dass er in diesem Fall dann geduldig verharrt und keinen Koffer und keinen Schirk begeht und auch wenn er umgebracht würde, dann wäre das eine Form des Jihad für Sabirillah und eine gewaltige Sache und Allah Subhanahu Wa Ta'ala würde ihn dafür belohnen und die Koffer würden merken, dass man einen Muslim nicht von seinem Glauben abrütteln kann, nicht mal einen Millimeter. Und daraufhin weist auch der Hadith bei Al-Bukhari hin, als die Sahaba einige sich beschwert haben, wie stark die Prüfungen schon geworden sind und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erzählt von jemandem, der früher gelebt hat, ein gläubiger Muslim, der vor der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gelebt hat, den man so stark geprüft hat, dass es Leute gegeben hat, die vor der Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam so stark geprüft worden sind, dass sie sogar mit einer Säge in zwei Teile zersägt worden sind und trotzdem hat sie dies nicht dazu gebracht, von ihrer Religion Abstand zu nehmen. Als würde der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam der Hadith bei Al-Bukhari, als würde der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam den Leuten sagen, seid geduldig und haltet die Qual aus. Hätten die Sahaba Radiallahu Anhum in dieser Zeit damals die Prüfungen nicht ausgehalten und hätten sie das gemacht, was die Muschigin von ihnen verlangt hätten, auch wenn sie es im Herzen verabscheuen, dann wäre dies sicher eine sehr schlechte Sache gewesen für die gläubigen Menschen der damaligen Zeit oder für den Islam allgemein. Und eben das gleiche gilt natürlich für die Prüfung der Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ausgesetzt worden war in Bezug auf den Koran Al-Azim und hätte er das gemacht, was der damalige Khalifa von ihm verlangt hätte, dann hätte der Imam der Ahle Sunnah und der Jamaah etwas gesagt, was haram ist und viele, viele Familien Menschen, sie hätten das akzeptiert und das angenommen und sie hätten dann in diesem Irrglauben weitergelebt und das wäre eine Katastrophe gewesen für die Muslime und vielleicht gäbe es dann bis heute Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen in Bezug auf den Koran. Elftens, dass diese Person, die dem Götzen da eine Fliege geopfert hat, ein Muslim gewesen ist, denn sie ist ja danach in die Hölle eingetreten, diese Person, das heißt, sie war Muslim und sie ist durch diesen Akt aus dem Islam ausgetreten und ist dann in die Hölle eingegangen. Wäre er nämlich vorher schon Kafir gewesen, dann wäre er schon alleine in die Hölle gegangen, weil er schon Kafir ist und dann hätte diese Götzen oder diese Opferung für diesen Götzen nicht mehr an seinem Kofir-Zustand etwas geändert. Zwölftens, der Autor sagt, in dieser Geschichte, die wir erfahren haben über die Fliege, ist ein oder diese Geschichte ist ein weiterer Hinweis auf die Gültigkeit des Sahih-Hadithes, des folgenden Sahih-Sahihes, also gemeint ist, dass der Hadith beinhaltet die gleiche Bedeutung wie der folgende Sahih-Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das Paradies ist euch näher als eure eigene Schnürsenkel und die Hölle ebenfalls. Und diese Sache sagt der Professor sallallahu natürlich als Form, dass man Hoffnung hat auf das Paradies. Das Paradies ist einem noch näher als der eigene Schnürsenkel am Schuh und die Hölle ebenfalls. Und das ist natürlich eine Form der Angstmachung. Der Professor sallallahu will, dass wir die Hölle fürchten, dass wir Allah fürchten und dass wir eben den Sünden aus dem Weg gehen. Dann sagt der Autor als 13. Fakt, den wir aus diesem Kapitel an Nutzen ziehen können, ist, dass die wesentliche Taten sind die Taten des Herzens. Die wesentlichen Taten sind die Taten des Herzens. Gemeint ist damit, dass auf das Herz, was im Herzen ist, kommt es letztendlich an. Wenn jemand in seinem Herzen Kuffer trägt, dann wird auch das, was er sagt und was er tut, darauf basiert sein. Und wenn jemand in seinem Herzen Iman hat, dann werden auch seine Taten und das, was er sagt, auf dem Iman basiert sein. Und für die Taten, die man verrichtet, da kann es Zwang geben. Und für das, was man sagt, kann es auch Zwang geben. Aber in Bezug auf das, was das Herzen trägt, da kann es keine Ausnahme geben, keinen Zwang geben, keiner kann sagen, ich wurde gezwungen, Kuffer im Herzen zu haben. Das gibt es nicht. Und deswegen muss man das Herz reinhalten und mit folgenden Dingen füllen, und zwar mit dem Iman, mit dem Glauben in Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag, die göttliche Vorherbestimmung, das Gute und das Schlechte davon und auch alles, was alle anderen Taten, die im Herzen eigentlich verrichtet werden, wie Liebe, Angst, Hoffnung, Vertrauen, Hilfesuche und ähnliches. Und wenn man in seinem Herzen Krankheit hat, wie kann man dieser Krankheit aus dem Weg gehen? Ganz einfach, indem man zum Koran und der Sunnah des Propheten zurückkehrt und zur Sira des Propheten zurückkehrt, indem man kennenlernt, wie er sich verhalten hat, was er in welchen Sitzungen gemacht und gesagt hat, wie er Dihad geführt hat, wie er Da'wah gemacht hat und so weiter und dies alles führt dazu, dass die Herzen gereinigt werden. Da kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel. Das nächste Unterkapitel lautet, man darf nicht an einem Ort für Allah opfern, an dem auch für jemanden anderes außer Allah geopfert wird. Der erste Vers, den der Auto erwähnt, er sagte, Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Was der Autor in diesem Kapitel jetzt beabsichtigt, ist sehr vernünftig. Nachdem er erklärt hat, dass man überhaupt nicht für jemanden anderes außer Allah opfern darf, hat er nun erklärt, dass wenn man für Allah opfert, darf man dies nicht einmal an einem Ort tun, an dem für jemand anderes außer Allah geopfert wird. Und die Weisheit, die offensichtlich dahinter steckt, ist, da man dann den Muschrikien, den Götzendienern offensichtlich ähnelt und gleicht. Also, weil man den Muschrikien offensichtlich ähnelt und gleicht. Und das ist Haram. Jetzt, worauf bezieht sich der Vers? La taqum fihi abada Stell dich niemals in ihr zum Gebeten. In wem? In wem? In der Moschee. In welcher Moschee? Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar. Diese Moschee wurde gebaut von einigen Heuschlern in al-Madina al-Munawwara. Oder in al-Madina. Und Allah sagte im 107. Vers von Surat al-Tawgah, Surat Nummer 9, Seite 204. Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben, also eine Moschee genommen haben, in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie für Lügner sind. Allahu akbar. Das sind gewaltige Verse. Diese Moschee haben die Heuschler gebaut, damit sie den Gläubigen schaden. Und deswegen heißt die Moschee die Moschee der Schädigung. Zweitens haben sie die Moschee gebaut, damit sie Ungläubige gegenüber Allah sind. Al-Kufr billah. Denn in dieser Moschee sind die Leute damit einverstanden, dass Kufr betrieben wird. Drittens sie haben die Muslime, die Gläubigen spalten wollen, indem eben nicht sich alle in Al-Qubah, der ersten Moschee in Medina oder in Islam überhaupt, damit sich nicht in Al-Qubah alle versammeln, haben sie eine zweite Moschee gebaut, damit die Muslime dadurch gespalten werden. Der vierte Grund, warum sie diese Moschee gebaut haben, wie Allah gesagt hat, und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Was ist damit gemeint? Es gab einen Mann Abu Amr der Frewler, er ist nach Ascham gegangen und hat Briefe ausgetauscht, immer mit den Heuchtern in Al-Medina und dann hat er ihnen vorgeschlagen oder ihnen den Ratschlag gegeben, dass sie diese Moschee bauen sollen, damit sie sich darin versammeln, um Pläne zu schmieden und dem Gesandten zu betrügen und seine Freunde. Und dann sagte Allah über sie Und sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt. Und das ist die Art und Weise, wie die Heuchler vorgehen. Sie schwören und lügen dabei. Und Allah bezeugt, dass sie Lügner sind. Und Allah er ist den, der die Herzen kennt. Und deswegen wissen wir, dass sie Lügner gewesen sind und dabei gelogen haben. Wenn diese Menschen ein Fünkchen an Iman im Herzen hätten und diese Verse gehört haben, dann hätten ihre Herzen dadurch erschüttert werden müssen. Sie hätten erschüttert werden müssen, weil sie wissen, dass da jemand bezeugt und dass sie gelogen haben. Und mit sie können das nicht abschreiten, dass Allah die Wahrheit gesprochen hat, weil sie wissen es. Sie für sich wissen ganz gewiss, dass derjenige diesen Vers ausgesprochen hat, die Wahrheit gesagt hat. Was hält sie davon ab, zu glauben? Ihr Kuffer, ihr Unglaube. Als Allah sagte, stell dich niemals zum Gebet hin, niemals, also niemals, überhaupt niemals, auch nicht in Zukunft, das weist darauf hin, dass diese Moschee immer eine Moschee der Heuschler bleiben wird, solange sie existiert. Und dann sagt Allah bei der Moschee der gläubigen Menschen, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Das weist daraufhin, dass die Moschee sind, dass sie sich eben nicht reinigen. Und aus diesem Vers lernen wir, dass Allah jemanden lieben kann, wenn er will. Und die Liebe ist unvergleichlich mit der Liebe eines Menschen zu jemand anderes. Und hier haben wir eine Eigenschaft, die Allah zugeschrieben wird, an die wir genauso glauben, wie Allah es gesagt hat. Und jemand, der sagt, dass Allah, wenn jemanden liebt, dann bedeutet es, dass er ihnen etwas Gutes gibt, oder ihnen vergibt, oder ähnliches. Wir sagen, diese Auslegung ist falsch. Das mag zwar sein, dass das eine Konsequenz seiner Liebe zu etwas ist, aber diese Eigenschaft ist Allah mehr als einem Vers zugeschrieben und wir schreiben sie genauso Allah zu, wie Allah sie sich selbst zugeschrieben hat und sein Prophet Muhammad und ebenso die Sahaba möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufrieden stellen. Warum hat dieser Autor jetzt diesen Vers erwähnt? Die Weisheit die dahinter steckt ist die 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 gegenüber ungehorsam gehandelt wird. deswegen ein Ort für einen Muslim an dem Allah gegenüber ungehorsam gehandelt wird. Also Leute die eine Maasiyah begehen eine Ungehorsamkeit das ist ein Ort an dem ein Muslim sich nicht aufhalten darf. Ein Ort an dem gesündigt wird ist ein Ort an dem ein Muslim sich nicht aufhalten darf. Und das Opfern für Allah ist eine Form des Shirk. Also darf man sich in diesem Ort nicht aufhalten und besonders zum Beispiel die wenn das schon in der Moschee der Fall ist also wenn eine Moschee dir schon verboten ist dass du dich daran aufhältst und darin betest ja weil in ihr gesündigt wird dann wie ist es dann mit einem Ort der besser der noch schlechter ist als dieser Ort und übler und das gilt örtlich gesehen und zeitlich gesehen gibt es genauso ein Verbot allgemein insgesamt ist es dir verboten zu beten beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang und wenn die Sonne im Zenit steht das sind auch das ist örtlich gesehen zeitlich gesehen das andere war örtlich gesehen dann erwähnt der Autor möge Allah seine Barmherzigkeiten auf ihn herab senden ein Hadith über Thabit Ibn Dhahaq er sagte ein Mann hat ein Gelübde geleistet ein Nether gemacht dass er ein Kamel opfern wird also an einem Ort der Bawana heißt dann fragte er den Propheten und sagte der Prophet als Antwort ob er das ausführen soll oder nicht gab es an diesem Ort einen Götzen von den Götzen der Jahiliya der angebetet worden wurde dann sagten sie nein die die Frage gehört haben sagten nein dann sagte der Prophet fand dort irgendein Fest statt irgendeines ihrer Feste statt dann sagten sie nein dann sagte der Gesandte Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Au fi bin adhrik fa inna hu la wa fa al adhrin fi ma as yat Allah er sagt der Prophet Sallallam leiste dein Gelübde oder erfüll dein Versprechen Allah gegenüber denn man darf kein Gelübde leisten oder kein Gelübde umsetzen oder kein Versprechen ausführen wenn es eine Ungehorsamkeit Allah subhanahu ta'ala gegenüber ist wala fi ma la yamliku binu adam und auch nicht in Bezug auf Dinge die dem Menschen nicht gehören und auch in Bezug auf Dinge die dem Menschen nicht gehören dieser Hadith ist bei Abu Dawud und der Überlieferungskette erfüllt die Voraussetzungen eines Hadith Sahihes bei Bukhari und bei Muslim und eben Hajjab sagte auch in Al-Talchis dass der Hadith Sahih ist und der Hadith befindet sich auch noch anderswo fangen wir ganz Anfang beim Hadith an was ist Nedhr Nedhr bedeutet in unserer Schariah dass man dass jemand der Mekallef ist dass jemand der Mekallef ist sich selbst auferlegt für Allah etwas zu tun das eigentlich keine Pflicht ist diese Sache sagen die Gelehrten darüber dass sie eigentlich ursprünglich gesehen Makruh ist Makruh und manche Gelehrte neigen dazu sogar es zu verbieten denn der Prophet hat es verboten und er sagt es bringt nichts gutes es bringt nur etwas aus einem geizigen heraus denn in Wirklichkeit ist es nur so dass man sich selbst etwas auferlegt was eigentlich Allah einem nicht zur Pflicht gemacht hat und meistens ist es so dass der jenige der sich etwas selbst auferlegt zur Pflicht nachher es bereut und die Gelehrten aufsucht hier und da und nur versuchen will irgendeine Ausrede zu bekommen das doch erlaubt ist sein Gelübde nicht zu leisten weil er nachher bereut und das gelübde viel zu schwer für ihn ist und manche einfache Leute denken dass Allah einem nur diese Sache geben wird die die er sich wünscht wenn sie für ihn ein Gelübde leisten und sie wissen nicht dass Allah barmherziger ist als das und das was er gegeben hat das stand schon fest 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erde erschaffen hat so dann fragte der Prophet also erst einmal bevor er das Tier opfert in Bawana der Ortschaft Bawana fragte er gab es dort irgendeinen Götzen der angebetet worden ist und auf Rabisch Wathan bedeutet irgendetwas was angebetet wird außer Allah ist egal ob es ein Mensch ist oder ein Tier ist oder ein Stein ist oder ein Baum oder ähnliches und dann fragte er zur Zeit der Jahliyah gab es irgendeinen Götzen dort zur Zeit der Angebetet wurde oder angebetet wurde die Zeit der Jahliyah wird deswegen Jahliyah genannt weil es Eid irgendein Fest was die Kuffar gefeiert hatten was die Jahliyah Leute die Muschrikien dort gefeiert haben und Eid heißt deswegen Eid Afarabisch weil es immer wieder kehrt das heißt Eid weil es etwas ist was immer wieder zurückkehrt also sprachlich gesehen die Frage ist jetzt ist es Pflicht für ihn gewesen diesen Nether umzusetzen oder nicht wir sagen der Nether an sich war Pflicht nur sagt der Gelehrte in der Auslegung hier ist es keine Pflicht für ihn es unbedingt in Bawana zu machen und Allah weiß am besten Bescheid und dann hat der Prophet ihm beigebracht und gesagt denn man darf ein Nether nicht ausführen wenn man dabei gegenüber ungehorsam ist also wenn man dabei sündigt wenn es ein Sünder an sich ist und das beweist dass solange es sündenfrei ist diese Nether Form dann darf man es auch ausführen jetzt gibt es verschiedene Formen von Nether erstens was man ausführen muss und zwar Nether Ta'ah das heißt wenn man ein Gelübde leistet dass man Allah gehorchen wird das heißt ich leiste ein Gelübde ich verspreche Allah ein bestimmtes Gebet zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verrichten diese Sache muss ich ausführen wenn der Prophet sagt wer ein Gelübde geleistet hat Allah zu gehorchen dann soll er ihm auch gehorchen der Hadith ist bei Bukhari die zweite Form von Nether ist Haram es auszuführen und zwar wenn man ein Gelübde geleistet hat Allah gegenüber ungehorsam zu sein denn der Prophet sagte im gleichen Hadith und wer ein Gelübde geleistet hat Allah gegenüber ungehorsam zu sein so soll er nicht sündigen oder so soll er ihm gegenüber nicht ungehorsam sein die dritte Form von Nether ist dass man dass es wie wenn man schwört das ist gleich wie man schwören dass man man leistet ein Gelübde dass man verspricht Allah dass man etwas tut das mobah ist das mobah ist es ist an sich keine ibad ist einfach mobah dass man zum Beispiel ein bestimmtes kleid anziehen wird solche Sache ist wie ein schwor wird es gehandhabt wenn er es anzieht ist gut und wenn er es nicht anzieht dann braucht er es auch nicht anziehen aber er muss dafür kaffara machen Sühne leistung machen und zwar die gleiche rechthaberei und des zornes dieser wird gemacht im sinne vom schwören im sinne des schwörens oder des anspornens oder um jemandem etwas zu verbieten oder jemandem etwas jemandem glauben zu schenken oder um jemanden dessen aussage zu leugnen wie zum beispiel eine person sagt heute ist das und das und das passiert dann sagt der andere nein ist es nicht und dann sagt der erste wiederum wenn es aber doch passiert ist dann muss ich für Allah sechs Tage fasten oder ein Jahr fasten oder was auch immer wenn dies dann doch nicht also wenn dieser Fall dann eintritt dann hat man die Wahl diese Tage zu fasten oder seine Sühneleistung zu leisten das ist die fünfte Form ist Nathrul Makruh und zwar eine Form von Nathr bei der es Makruh ist dass man diese Tat ausführt da soll man die Sühneleistung leisten und dann ist der Nathr erledigt die sechste Form von Nathr ist allgemein wenn man nichts einschränkt und sagt einfach ich muss für Allah das und das machen ich verpflichte mich für Allah das und das so ein Nathr zu machen für Allah Darüber sagt der Prophet die Sühneleistung für einen Nathr der nicht näher beschrieben worden ist ist die Sühneleistung wie wenn man geschworen hat der Hadith bei Ibn Najah hat gesagt der Hadith Sahih und der Ursprung des Hadith die ursprüngliche Bedeutung befindet sich auch bei Sahih Muslim Frage wenn jemand ein Gelübde geleistet hat und Allah versprochen hat etwas zu tun was verboten ist dieses Gelübde diese Nathr gilt der überhaupt an sich gilt der überhaupt an sich die Antwort ist ja er gilt an sich schon denn hätte der Prophet gemeint dass der Gelübde gar nicht als gültig ist hätte der Prophet gesagt wer ein Gelübde geleistet hat Allah gegenüber ungehorsam zu sein so ist sein Gelübde aber er sagte wer ein Gelübde geleistet hat Allah gegenüber ungehorsam zu sein der soll sein Gelübde nicht ausführen oder der soll Allah nicht gegenüber ungehorsam sein und deswegen sind die Gelübden unterschiedlicher Meinung ob solch eine Person Kafarah machen muss oder ob sie Kafarah nicht machen muss und auch über Imam Ahmad gibt es zwei Überlieferungen manche Gelübde haben gesagt er muss keine Kafarah machen und sie haben sich darauf gestützt dass der Prophet gesagt hat man darf ein Nadr in dem man sündigt nicht für Allah ausführen und sie haben sich auch gestützt auf der Aussage des Propheten wer also ein Gelübde geleistet hat Allah gegenüber ungehorsam zu sein so soll er ihm gegenüber nicht ungehorsam sein und der Prophet hat überhaupt nichts von der Kafarah in diesem Fall erwähnt also wenn es Pflicht gewesen wäre Kafarah zu leisten eine Sünderleistung zu machen hätte er sie ja hier erwähnt die zweite Ansicht ist dass die Kafarah Pflicht ist die Kafarah Pflicht ist und dies ist auch die die bekannte Ansicht im Mathab von Imam Ahmad rahimahullah und der Gelerte sagt dass diese Ansicht die richtigere Ansicht ist weil es in einem anderen Hadith von Aisha überliefert überliefert worden ist dass der Prophet gesagt hat diesbezüglich dass man dafür eine Kafarah leisten muss und deswegen ist diese Ansicht richtiger denn nur weil der Prophet in diesem Hadith es nicht erwähnt hat den wir gerade erwähnt haben heißt es nicht dass er es nicht in einem anderen Hadith erwähnt hat deswegen ist diese Ansicht richtiger und die letzte Aussage des Propheten in Bezug auf was der Mensch nicht selbst besitzt gibt es auch keine Nether sagen wir das kann zwei Bedeutungen haben entweder dass man eine Sache gar nicht ausführen darf oder kann gesetzlich gesehen also ich verpflichte mich ich mache ein Nether dass ich den Sklaven von so und so der Person so und so befreien werde das ist gar nicht das steht mir gar nicht zu ich besitze ihn gar nicht ich kann gar nicht wer ist es frei lassen das geht gar nicht ich kann ihn vielleicht frei kaufen aber ich kann ihn nicht frei lassen das geht nicht dann eine zweite Möglichkeit könnte sein dass wenn jemand Allahsv.t.a. etwas verspricht was überhaupt nicht möglich ist wie dass man sagt ich fliege in der Luft mit meinen beiden Händen das ist nicht möglich und die Gelehrten erwähnen diese Beispiele damit man versteht was klar und deutlich gemeint ist und solche Arten von Nether müssen überhaupt nicht ausgeführt werden so und welchen Nutzen ziehen wir aus dem Hadith folgende drei Sachen erstens es ist verboten bei solchen Orten zu opfern weil es damit durch den Kuffar ähnelt und das ist ein Grundsatz im Islam dass der Prophet auch dann verboten hat dass man durch den Kuffar ähnelt also eine Sache die speziell für die Kuffar ist und die sie speziell machen das ist Haram dass man das dann genauso macht wie sie es machen eine zweite Weisheit Leute die dich sehen würden dass du an solchen Orten opferst sie würden denken dass das was die Muschrikien machen in Ordnung ist denn offensichtlich machst du ja das gleiche was sie machen so sieht das offensichtlich aus und drittens die Muschrikien fühlen sich dadurch gestärkt weil sie sehen dass andere Menschen besonders Muslime das gleiche machen wie sie machen und dies ist das Gegenteil von dem was Allah sagt in Surat der Taube Vers 120 dies ist weil sie weder Durst noch Müsal noch Hunger auf Allahs Weg trifft noch sie einen Schritt unternehmen der die Ungläubigen ergrimmen lässt noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffende Tat aufgeschrieben würde Wallahu ta'ala a'lam und sallallahu barak ala bina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam at aslimen kathira